Ich dachte, dass das andersrum vielleicht cooler aussieht, aber zarr ist tatsächlich nicht, weil es damit zu viel weiß ist. So wie die Felgen gestern ist es so ein leichter, softer, weißer Touch und das schaut ganz cool aus. Genau. Und das verliert sonst die Wirkung. Wir haben jetzt rotes Nitro, das können wir uns auch gleich mal anschauen. Nicer Scheiß. Vor allem zu den roten Lampen dazu und zu dem roten Neon. Man merkt, dass die Corvette dann doch noch mal eine andere Hausnummer ist, was Geschwindigkeit angeht. Aber deswegen müssen wir schauen, dass wir auf Level 23 kommen, damit wir das updaten können. Aber ich habe Bombe aus. Der rote Reifenquall, what the fuck. Okay, lässt sich kein Foto machen. Ich stehe hinter dir, Mission gestartet. Oh, Lucas wird so sauer. sein. Lucas wird so sauer sein. Lucas wird so sauer sein. Ich liebe den Klang dieses Motors, danke Papi. Das nenne ich ein Auto. Was im Vergleich zu den anderen auffällt, er lenkt sich deutlich schwerer. Oh mein. Ich bin einfach falsch gefahren. Oh mein Gott. Der volle Reinfall, alter. Oh mein Gott. Der volle Reinfall, alter. Ich wollte mal sehen. Ich wollte mal sehen, was die... Du passt auf mich auf und ich auf dich. Ich liebe den Klang dieses Motors, danke Papi. Und ich liebe dieses Auto. Das nenne ich ein Auto. Das nenne ich ein Auto. Das nenne ich ein Auto. So sieht man sich wieder. Genau. Und hier wäre es jetzt rechts... Doch, hier ging es rechts runter. Da bin ich schon richtig gefahren. Ah, da vorne ich jetzt gleich nochmal links. Genau hier. Und da bin ich gerade ausgefahren. Boah. Du weißt, dass ich nur mit dir spiele? Boah. Du kleine Bitch. Ja. Hat sie mich gerade einfach in diesen fucking Truck geboxt. Jetzt kommt Shaw. Videosequenz. Rennen ist nicht zu Ende. Oh nein, 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 nein. Oh, einer. Hey, ich kenn dich doch. Wer ist dir jetzt dran, oder muss ich dich dazu zwängen? Ich werde durch den Raceway abhaften. Und unser Ren? Vergiss es. Dieser Kopp lässt mich locker. Kannst du mir helfen? Klar. Wir sind eine Crew. Das war's. Wir sind ausgeflogen. Ich hätte den Damager aktivieren sollen. Heed Stufe 1. Oh. Ich halte das hier noch ewig durch. Papis Wagen zu nehmen war vielleicht doch keine so gute Idee. Oh. Hey, was soll das? Man lässt seine Crew nicht im Stich. Was? Ich habe ihn hier gerade vom Leib gehalten. Was willst du eigentlich von mir, du dumme Schnäpfe? Ich bin nie wieder ohne Auto dastehen. Hast du mich nicht gehört? Hey, knapp dir den Kopfwagen vor. Ich bin immer zu groß, Kai. Diesen Wagen nimmt mir niemand weg. Aber zum Glück haben wir Steinmauer nicht durchfahren. Fahre rechts ran. Du kommst noch glücklich davon. Versprochen. Achtung! Je länger das hier geht, desto schlimmer wird's für euch. Fahr, 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 fahr. Das wirst du bereuen. Jeden Moment. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Nein. Nein. Ich bin gespannt, wie er das erklären will. Du hast mir den Arsch gerettet. An alle Einheiten. Officer Scholl verunfallt und benötigt Hilfe. Halte die Augen nach einem gelben Kamau auf. Das ist unser Stichwort. Ich fahr zurück in die Werkstatt. Komm so schnell wie möglich nach. Oh, oh. Mein Auto kann keinen weiteren Hit mehr vertragen. Oh, oh mein Gott. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ich fahre mit dem Kopf halt auch direkt hinterher, gell? Also verschwunden. Wir müssen schauen, dass wir zu Heim kommen. Einfach mal in das Auto nochmal reingefahren, damit Lukas nochmal extra was zum Reparieren hat. So, Nacht beendet, das war nicht gut. So, ich rufe auf dem Kopf, die Sohした. So, ich rufe Tudo wieder. So, ich rufe auf. So, ich rufe. So, ich rufe.